Santa Baby, just slip a sable under the tree. Mein Pullover ist auf jeden Fall heute perfekt an mein Augen-Make-up abgestimmt und um mein Augen-Make-up geht es heute auch, denn dieses Make-up hatte ich in meinem Infovideo, glaube ich, auf jeden Fall, doch, ich glaube in meinem Infovideo, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, auf jeden Fall in einem Video drauf und da haben mir ganz, ganz viele geschrieben, dass ich damit so gut aussehe und ich habe auch Privatnachrichten bei Snapchat und Instagram bekommen, ja, womit ich das denn gemacht habe. Ich weiß nicht wieso, eigentlich kennt ihr mich meistens ungeschminkt und dass ich auch gar nicht so krass Interesse daran habe, mich irgendwie mit Make-up zu beschäftigen oder großartig irgendwas damit zu machen. Im Moment habe ich aber eine Phase, wo mir das sehr, sehr Spaß macht und ich schminke mich super gerne, ich probiere im Moment total ungewöhnlich ganz viele neue Sachen aus und traue mich auch mehr Sachen. Ich habe euch diesen Look hier, also nicht alles so, weil die Base ist ja eigentlich immer gleich, sondern einfach nur, wie ich dieses Augen-Make-up geschminkt habe, habe ich euch gezeigt und dann dachte ich mir, da ich da ja im Moment so viel Spaß dran habe, filme ich euch das einfach ab, wie ich das gemacht habe. Ich möchte natürlich direkt schon mal sagen, ich bin kein Make-up-Profi, kein Make-up-Buru, sonst was, ich habe das nicht gelernt. Ich habe einfach im Moment sehr, sehr viel Spaß daran und liebe Make-up im Moment wirklich sehr. Ich habe Bemühe gegeben und für mich ist es so perfekt, für mich sieht es toll aus, ich mag das sehr, sehr gerne so. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und los geht's! Und ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ein bisschen viel Spaß haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020